Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 42.700 US-Dollar. Wir haben ein sehr, sehr ruhiges Wochenende hinter uns. Wir haben zwar heute Morgen so einen kleinen Dump gesehen in Richtung 41.700 US-Dollar. Alles nicht wirklich gravierend zu Wochenbeginn, immer mal so ein kleiner Shakeout, bevor wir dann jetzt wieder genau da sind, wo wir das ganze Wochenende rum waren. Wir haben heute Feiertag in den USA, also da kriegen wir schon mal überhaupt keinen ersten Input, keine wirklich steigenden Kurse auch von da. Deswegen schauen wir jetzt mal, was der heutige Tag so bietet. Ansonsten werden wir natürlich nochmal einen Blick auf Ethereum werfen. Wir werfen trotzdem mal einen Blick auf Gold, wie es da aussieht. Und ansonsten, wie gesagt, die traditionellen Märkte in den USA haben heute erst einmal zu. Trotzdem, bevor wir jetzt starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos in der Videobeschreibung. Auch gerne gestern mal das Video angucken zu dem ganzen Bitcoin-Crash, was da alles die Gründe waren dafür und wie es jetzt im Endeffekt auch weitergehen könnte jetzt auf kurz- bzw. Mittelfrist. Schaut euch das gerne an. Und wenn ihr noch was zum Traden sucht, kann ich euch wie gesagt weiterhin nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr Crypto, Stocks und Forex traden. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 42.700 US-Dollar. Wie gesagt, dieser kleine Shakeout da heute Morgen hat den WIC, den wir hier unten bei 41.300 US-Dollar hatten, leider nicht vollständig abgeholt. Kann aber im Laufe, sag ich mal, der ganzen Woche noch kommen. Es steht ja doch ein... Ja, es ist eigentlich eine relativ ruhige Woche, was die Newslage angeht. Trotzdem eine spannende Woche, vor allem charttechnisch. Nachdem wir jetzt letzte Woche diesen Abverkauf hatten, von unserem Hoch hier bei 49.000 US-Dollar, runter in Richtung 41.000 US-Dollar, hatten wir jetzt erstmal eine schöne Korrektur von über 15%. Ist man gar nicht mehr so gewohnt. Wie gesagt, sollten wir jetzt in einem Bullrun sein, der meiner Meinung nach immer noch ein bisschen wartet, bis wir über dem Golden Pocket hier übergeordnet drüber sind, ist das völlig normal. 15 bis 30, sogar 35% hatten wir in den vergangenen Bullruns immer, immer wieder. Daran sollten wir uns einfach wieder dran gewöhnen, beziehungsweise diese Chancen dann auch wiederum nutzen für mögliche Spot-Nachkäufe oder auch dann mögliche Swing-Positionen für den potenziellen Bullrun. Nur mal so nebenbei angesprochen. Auf jeden Fall, wie geht es jetzt weiter? Wir haben durch eben diesen rasanten Abverkauf von 15% natürlich auch ordentlich an Ineffizienzen hinterlassen. Und wenn wir uns das auch mal mit den Vector-Candles nochmal ein bisschen genauer angucken, sehen wir auch, okay, da sind auch eine Menge im Balance, die wir hier eigentlich noch füllen sollten, so bis ungefähr, also zumindest mal hier oben im 45.500er-Bereich. Besser wäre sogar das Golden Pocket hier nach oben hin zu bestätigen. Wir haben die Psy-Range nach unten hin jetzt erst einmal kurzzeitig verlassen, mit auch einem möglichen Fake-Out. Das müssen wir mal beobachten im Laufe des Tages, ob wir es hier überhaupt über die Marke von 43.000 US-Dollar drüber schaffen. Das war ja auch am Wochenende schon so unser Problem, über 43.000 US-Dollar mal längerfristig drüber zu kommen. Schauen wir mal, das ist auf jeden Fall der erste Widerstand, auf den es heute im Laufe des Tages ankommt, beziehungsweise auch in den nächsten Stunden. Sobald wir dann hier über die Marke von 43.000 US-Dollar rüberkommen sollten, werden hier wahrscheinlich eine Menge Shorts nach oben hin liquidiert werden. Und dann sehe ich auch sehr, sehr flott die Marke zwischen die Seiten von 45.500 bis knapp 46.300 US-Dollar. Klingt erst einmal komplett bullish. Wir schauen uns dazu mal die Funding-Raten an. Wie sehen die aus? Die sind absolut human. Das heißt, wir haben keinen wirklichen Short-Überhang, auch keinen wirklichen Long-Überhang. Die Funding-Rates sind absolut human gehalten. Vom Open Interest ist sogar wieder etwas zurückgegangen in den letzten 24 Stunden. Zwar jetzt nicht mega, aber trotzdem Open Interest leicht zurückgegangen. Wenn wir uns das angucken, ist es trotzdem meiner Meinung nach immer noch relativ hoch, aber es ist ein kleiner Rückgang zu verzeichnen. Schon mal gut. Gut, spricht erst einmal auch dafür, dass wir im Laufe des Tages oder vielleicht in den nächsten 1-2 Tagen erst einmal eine Erholung sehen könnten. Ob die dann jedoch nachhaltig ist, wage ich jetzt erst einmal so ein bisschen zu bezweifeln. Warum? Weil wir, wenn wir jetzt hier nach oben gehen würden grundsätzlich, das heißt, wir kriegen jetzt hier unseren Pump nach oben in das Golden Pocket und kommen hier in den Widerstandsbereichen, werden dann abverkauft, kommt es auf zwei wichtige Dinge an. Einerseits natürlich, der Widerstand würde uns ein tieferes Hoch bescheren, das heißt, die Aufwärtsstruktur wäre erst einmal fällig. Dann gehen wir mal in den Daily Time Frame. Hier sieht das Ganze noch etwas humaner aus. Also wir haben diese Tiefs hier zwar jetzt erstmal durchbrochen, für mich aber wichtig, ein Daily Close unter 41.300 US-Dollar wäre nicht wirklich bullish gewesen. Das heißt, wir haben auch hier noch die Chance, dass wir weiterhin in der Aufwärtsbewegung sind. So, der Strukturbruch wäre also wirklich erst, sollten wir hier ins Golden Pocket kommen und dann ein Daily Close unter 41.300 US-Dollar bekommen, dann sieht das Ganze deutlich übler aus und dann sind auch die Kurse von 38.000 oder sogar 30.000 US-Dollar, wo wir ja in den letzten Tagen immer wieder darüber gesprochen haben, dass das so mein bearishstes Ziel ist für die letzten oder für die nächsten Wochen, dass wir hier dann gegebenenfalls nochmal runtergehen und dann erst in den Bullrun wirklich aufsteigen könnten. Das sind weiterhin so die Ziele und das wird sich meiner Meinung nach dann auch erst entscheiden, wenn wir hier oben eben am Golden Pocket angekommen sind. Ich rechne jetzt nicht damit, dass wir jetzt hier komplett nach unten hin abverkauft werden. Dafür ist einerseits natürlich das Funding komplett normal. Das Open Interest ist mittlerweile normal. Wir haben sowieso eine Menge liquidiert. Ich bin gespannt, wie die ETFs dann diese Woche weiter angenommen werden, aber es gab ja glaube ich schon, ich weiß nicht, irgendjemand hat es glaube ich in den Kommentaren hier drunter gepostet. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wo es war. Also auf jeden Fall unter den Kommentaren hat irgendjemand draufgeschrieben, dass BlackRock da auf jeden Fall wieder deutlich, deutlich mehr eingekauft hat. Ich müsste es nochmal rausholen, vielleicht zeige ich es euch morgen nochmal. Also das könnte dann auch wiederum die Kurse erst einmal etwas nach oben hin pushen. Also wir sollten den Sonnigentäufel an die Wand malen. Momentan sieht alles noch absolut human aus und wirklich gut. Das ist erstmal so grob der Plan. Long Position, wenn man aufmachen will, muss auf jeden Fall der Stop-Loss unter diesem Tief liegen. Dann wären wir bei 3%, ist schon happig, aber das wäre das einzige Setup, wo ich derzeit eingehen würde. Ansonsten dann eher hier oben dann mit einem kleinen Short, wäre aber ungefähr ziemlich das gleiche Risiko, was wir dann hier oben hätten. Bei Ethereum, wie sieht es dort aus? Hier haben wir unser Mindestziel oder Maximalziel von letzter Woche wirklich fast genau auf den Dollar erreicht. Ziel war ja nicht 2711, wir sind auf 2719 US-Dollar bekommen. Also wirklich hier perfekt abgeholt. Warum war das so? Weil wir hier oben eben, oh, die Linie hat sich sogar ein bisschen verschoben. Auf Daily-Sicht haben wir es sogar auf den Dollar genau abgeholt. Okay, mein Fehler, ich habe es die ganze Woche falsch gesagt. Auf jeden Fall war das die Ineffizienz auf dem Daily-Timeframe, die wir hier oben hatten und natürlich auch in den kleineren Timeframes, die sich jetzt der Markt hier in diesem Bereich einfach geholt hat. Perfektes Ziel. Daraufhin ging es nach unten, natürlich auch mit einer kleinen Bearish Divergence im 4-Stunden-Timeframe, aber natürlich auch in den kleineren Timeframes, die Bearish Divergence, Abverkauf und jetzt auch hier ein bisschen die Konsolidierung. Den WIG, gleiches Spiel wie bei Bitcoin, haben wir hier noch nicht ganz abgeholt. Ist jetzt aber auch nicht verkehrt. Wie gesagt, ich rechne auch hier jetzt erst einmal mit einer kleinen Erholung, weil natürlich auch hier ein größerer Abverkauf war, aber nicht so dramatisch wie bei Bitcoin. Bitcoin 15%, Ethereum waren es jetzt gerade mal so um die 10%, also alles hier noch im Rahmen. Nach oben hin, ich mache mal hier ganz kurz den Indikator wieder aus, da verwirrt mich gerade ein bisschen. Nach oben hin haben wir jetzt auch erst einmal Luft. Bis circa 2620, bis sogar 2645 würde ich sogar ein bisschen höher ansetzen, weil wenn wir uns vor allem das Volumen hier angucken, sehen wir auch, okay, das größte Verkaufsvolumen kam dann wirklich hier in diesem Bereich zusammen. Das heißt, hier würde ich mich nicht ganz nach dem Golden Pocket orientieren, hier würde ich sogar ein bisschen höher reingehen. Vor allem, wenn wir uns die Bitcoin Dominance angucken, die jetzt wieder im Golden Pocket hier unten angekommen ist. Da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise vorletzte Woche. Wir haben kein höheres Hoch hier gebildet, leider. Also das heißt, auch hier sind wir momentan eher wieder so ein bisschen in der Altcoin-Season. Sollte Bitcoin jetzt natürlich im Laufe des Tages deutlich ansteigen, rechne ich auch hier, dass wir nochmal vielleicht eine Erholung sehen. Aber dann muss man wirklich gucken, wie hoch eben die Bitcoin Dominance dann überhaupt noch Luft hat, hier zu steigen, ob wir dann auch hier am Golden Pocket erst einmal bei der 53%-Marke rejected werden. Ansonsten, wie gesagt, Ethereum grundsätzlich weiterhin erst einmal bullischer. Natürlich nimmt diese ganze Geschichte mit den Ethereum ETF jetzt langsam Fahrt auf. Ich glaube, die Friste sind 129 Tagen. Ich habe keinen Bock wieder auf 100.000 Thumbnails da draußen. Aber gut, es soll ja auch irgendwie ein Cardano ETF kommen. Also bereitet euch schon mal drauf vor. Die nächsten Monate werden sehr ETF-lastig werden, egal was es für ein Shitcoin ist. Ob es das XRP ist, ob es Cardano ist, ob es Ethereum ist, freut euch auf jeden Fall drauf. Wenn natürlich Bitcoin sich jetzt erholt, gehe ich auch davon aus, dass wir auf jeden Fall bei Ethereum eine Erholung sehen. Und dann wird es interessant werden, wie wir vor allem dann hier unten reagieren sollten bei ca. 2375 bis 2400 US-Dollar. Dort natürlich einerseits das Golden Pocket, andererseits auch dieser massive Widerstand, den wir zuletzt dort hatten und 1, 2, 3 und erst beim vierten Mal nach oben hin ausgebrochen sind. Das heißt, die Chance könnte Ethereum hier nochmal nutzen, diesen ehemaligen starken Widerstand als Support zu flippen und dann hier nachhaltig nach oben in Richtung 3000 US-Dollar auf jeden Fall durchzubrechen. Ansonsten, wie gesagt, US-Märkte haben zu, beziehungsweise ist dort Feiertag. Gold hat jetzt auch erstmal so seinen Widerstand wiederum erreicht bei 2060 US-Dollar. Auch das werde ich im Laufe des Tages nochmal im Blick behalten. Long-Position, Short-Position laufen beide noch. Schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar die Short-Position nochmal etwas verdoppeln. Ansonsten bleibt mir erstmal nichts zu sagen. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da, Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Glocke aktivieren. Und ach ja, wenn ihr noch Bock habt, hört euch gerne die letzte Folge von unserem Podcast an. Sehr, sehr wichtiges Thema, hört da gerne rein. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start. Auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns dann vielleicht später nochmal zu einem kleinen Altcoin-Update-Video. Ich habe Litecoin und noch irgendwas auf dem Schirm. Das will ich auf jeden Fall diese Woche machen, weil sich da doch wieder langsam Kaufzonen ergeben könnten. Jetzt ist so ein bisschen die FOMO weg. Jetzt kann ich euch auch langsam wieder mit Altcoin-Videos versorgen, damit ihr da nicht immer den Kursen hinterher rennt. Ansonsten, wie gesagt, guten Start in die Woche. Wir hören uns eventuell dann später nochmal. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypt.